Gut, ähm, aber das ist nicht im Gebäude, so wie es aus den Anschein hat. Was ist mit dem Wetter los? Der Doc heißt Hugo Strange. Wo holen die nur ständig die ganzen Irren her? Das wollen wir auch machen. Was machen sie dann da drin? Ich weiß nicht, vielleicht hat Batman sie gerettet. Als ich sie das letzte Mal sah, hat Pinguin sie übers Haifischbecken gehängt. Er hat echt einen Hai da drin? Mann, ich dachte, das sei nur ein Märchen, das einem Angst vor dem Kerl einjagen sollte. Nein, er hat einen Hai und er hält sich ein Monster als Haustier. Verdammt, er hat... Ich meine, er hatte alles. Mit ein bisschen Glück ist Batman schon tot. Die Fledermaus ist hier! Ja. Du hast mich getreten, du Knallzack. Das ist der Ort, an dem du sch... Du wirst hier sterben. Oh, ui. Ich muss in die Laune schon, Entschuldigung. Seilig. Achso. Ach, jetzt komm ich ja hier rein. Sieh zu, dass du von hier... Oh, du bist es. Die Tür ist auf, Mann. Komm rein. Äh, okay. Ganz hohe Sicherheitsabregelung. Die Tür war eh offen. Toll. Jod, Tag. Pinguin hat irgendwas hier gelassen. Das ist doch schon mal gut. Du bist zurück? Cool. Schätze, du hast den Funk gehört. Ach, habe ich. Was haben sie entdeckt? Das. Tom da drüben glaubt, dass er etwas mit Minen zu tun hat. Er war beim Bombenräumkommando. Dachte, du könntest das brauchen. Ich seh's mir an. Minen entschärfen, wa? Das ist ja cool. Abschönen Dank. Äh. Spiel mit dem Schirm nicht rum. Junge, Junge. Ja, und hier geht's doch noch irgendwo ab dann, ja? Oder wie? Oder was? Nicht? Ah. So. Nee, äh, äh, ähm. Nee, neun. Cool. Und, äh, äh, was? Moment, hä? Hä? Wo denn noch? Nee, da wollte ich doch keinen. Geht's hier oben irgendwo noch lang? Achso, ja, stimmt. Ja, ich hab vergessen. Da war was. Dann gehen wir doch mal hier ein bisschen anderweitig gucken, wa? Alter, wo war denn diese blöde Tür? Natürlich. Bleiben Sie ruhig, ich geh da mal raus. Äh. Jungs, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer fucking Ernst. Mann. Mann. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Was machst du, Pets? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem Wandel in den Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Mann, was bleibt man hier? Na los, bitte, du traust dich nicht. Hier drüben kämpft jemand. Mann. Glaub mir, du willst mich nicht anlügen. Erzähl mir vom Riddler. Ich weiß nicht viel. Bitte, ich sag dir alles. Tu mir nichts. Wenn du mich anlügst, komm ich zurück. Äh. Oh. Hätte ich gar nicht festgewogen. Ja, geringfügig viele Rätsel gibt's hier jetzt gerade. Erweitertes Realitätstraining online. Das wäre so auf dem Weg. Wie ist Bane denn in Arkham City gelandet? Hat Batman ihn in der Anstalt nicht mit seinem Auto platt gemacht? Das geht dich doch nichts an. Ah, okay. Toll. Die darf ich nicht. Nee, das ist nicht. Achso, okay. Das ist mir schon... Das ist nur ein Versteck, was mir gesagt wurde. Und anscheinend. Bist du derjenige, von dem die Prophezeiungen berichten? Hm? Haltest du stets nach den geheimnisvollen Personen ausschauen und scamm den sämtliche Beweise, die sie zurücklässt. Ja. Mhm. Na ja, gut. Äh, ja. Toll. Okay. Was macht Batman hier? Strange hat ihn doch nicht eingeschmissen. Wie gesagt, ich muss immer noch ein bisschen Ausschau halten nach diesen blöden Kameras. Das ist ja toll. Ich weiß vielleicht nicht, ob ich das wieder hinkriege, aber... Ich probier's mal wieder. Ach, das war das Ding, ja. Wahnsinn. Ich, ich entsinne mich. Er ist es nicht. Nein! Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Erweitertes Realitätstraining integriert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich dünke, ob es vielleicht sinniger wäre, kurz vorbei zu fliegen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Also theoretisch wird's gehen. Also einmal kurz vorbei fliegen und zu drehen und dann direkt mal von der anderen Seite rangehen. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Okay. So geht's natürlich doch ein bisschen einfacher, wenn ich mich dann doch irgendwie von der anderen Seite heran wage. Einmal noch. Komm, dann versuchen wir's nochmal. Erweitertes Realitätstraining. Ist ja immer das letzte. Vielleicht hat er ja was mit diesen seltsamen Kisten zu tun. Hier ist niemand. Meldestörung an Kamera in Sektor 2. Ah, so hier war ich übrigens. Ist das Glas? Nee. Da komm ich trotzdem hin. Hey, Beth! Ich hab nachgedacht. Es dürfte dir in deinem jetzigen Zustand vermutlich ziemlich schwer fallen, dich durch die Straßen von Arkham City zu kämpfen. Ich muss dich nicht erst daran erinnern, dass du stirbst, oder? Es gibt dafür eine einfache Lösung. Hör auf, gegen diese Idioten zu kämpfen! Versuch was anderes! Töte sie! Blödmann. So, wo war der? Hä? Da. Achso, das Ding ist das. Okay. Ja, probieren wir's mal. Hey, Beth! Jetzt spiel nicht den Schweig sammeln! Es gibt nichts, für das du dich schämen müsstest! Du musst nur diesen Niemand darf sterben-Tick überwinden. Seien wir ehrlich, es ist viel einfacher, sie umzulegen, als sie mühsam am Leben zu erhalten. Nicht wahr? Ja, gib jetzt... Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Voll aufs Maul. Okay, das ist wirklich etwas schwieriger. Weil da muss ich versuchen, dass wir nicht... ...und das Timing. Und das habe ich nicht. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Vielleicht sollte ich mir überlegen, nicht dadurch zu fliegen, sondern einmal über das Gebäude drüber und dann wieder... Ja, okay, das wird wahrscheinlich erst recht nicht klappen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Jetzt habe ich schon wieder eine Leertaste. Aufs Maul zurück. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Okay, das geht nicht. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Heute ist halt Badetag, mein Gott. Die Klamotten müssen auch mal drauf. Solange wie der jetzt schon trägt, ohne gewechselt zu haben. Das ist ja atmungsaktiv. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Der muss schlinken. Deswegen ist es auch ganz gut, ein bisschen im Wasser zu machen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Was Blödes? Ich kann ja auch nichts sehen. Also ich kann relativ schlecht sehen, in welcher Höhe ich es in der Mitte. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Okay. Also, ähm... Wohin geht's jetzt da hin? Achso. Äh... Äh... Wann hängt's? Keine Ahnung. Es friert immer wieder ein. Das ist Freeze. Er macht irgendwas. Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Das werd ich Harley sagen. Was? Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube, Joker geht es schlechter. Sie kommt her, um uns Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn sie fragt, wieso wir das Mittel für Joker noch nicht haben, zeig ich auf dich. Ich kann nichts dafür. Erzähle das nachher. Das ist ein Witz, oder? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Ich lass mich nicht umlegen, nur weil du nicht mein... Die Fledermaus ist hier. Bereit zu sterben, Batman? Nein. Mann. Es haben doch wieder zwei die Dinger. Mann. Was ich sagen? Du wirst hier sterben. Bin ich mit dir fertig, erkennt ich deine Mutter nicht wieder. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Nein, Mann. Fuck. Und ich wollte doch unbedingt verhindern, dass diese blöde Tür noch... Entschuldigung, der war gut.